Basstölpel auf Helgoland kann ja jeder. Ich möchte euch heute mitnehmen auf die Ostsee, denn auch dort gibt es Basstölpel zu sehen. Und sie haben meiner Meinung nach eine deutlich spannendere Geschichte als ihre Kollegen drüben in der Nordsee. Ich habe das Glück und darf den DDA beim Seevogelmonitoring für 10 Tage begleiten. Wir sind hier auf einem Boot und überwiegend in der Greifsfelder bzw. Pommerschen Bucht unterwegs. Und dort fahren wir letztendlich Transekte ab und zählen die Vögel, um die Bestände zu erfassen. Dabei sind wir in den letzten Tagen auch viel rund um Rügen rumgekommen und um den DAS. Und dort hatten wir in den letzten Tagen echt einige, einige Basstölpel gesehen. Der Basstölpel ist eigentlich kein Brutvogel der Ostsee und deshalb umso spannender, dass wir in den letzten Tagen rund um den DAS und rund um Rügen so viele Basstölpel beobachten könnten. Auffällig war auch, dass es überwiegend adulte Vögel waren. Sprich, es sind nicht irgendwelche Jungvögel, die die ersten zwei, drei Jahre ihres Lebens, nachdem sie irgendwie auf Helgoland ausgebrütet wurden, zum Beispiel in der Ostsee verbringen und dann zum Brüten wieder in die Nordsee zurückkommen. Das Phänomen ist noch recht neu, denn Basstölpel brüten in Deutschland wie gesagt nur auf Helgoland und waren in der Ostsee bis vor zehn Jahren noch eine echte Seltenheit. In der nördlichen Ostsee, in den baltischen Ländern zum Beispiel, sind sie es immer noch. Aber in Deutschland, in der Ostsee rund um Rügen zum Beispiel, kann man sie sehr gut und sehr häufig im Winter beobachten. Im Herbst war ich schon Sea-Watchen im Kap Arkona, also an der Nordspitze von Rügen und auch dort konnten wir von Land aus schon einige Basstölpel beobachten. Ob die hier nur überwintern oder ob sie hier schon nach Hutplätzen suchen, das kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber ich finde es großartig, dass es hier so viele sind, weil auf Helgoland beispielsweise, aber auch an vielen anderen Brutkolonien ist ja im letzten Jahr 2022 im Sommer ein heftiger Ausbruch der Vogelgrippe gewesen. Und da sind die Brutbestände gerade auch des Basstölpels sehr dezimiert worden. Und bei Seevögeln, die sehr alt werden und sich recht langsam reproduzieren, wie das auch beim Basstölpel der Fall ist, ist das natürlich extrem, extrem dramatisch, wenn Altvögel sterben, weil dann die reproduzierenden Individuen wegfallen. Und umso erfreulicher ist es, dass hier in der Ostsee die Bestände, zumindest im Winter, immer noch stark wachsen. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass die Basstölpel in nächster Zeit irgendwo hier an der deutschen Ostseeküste mit der Brut beginnen, aber es wäre ja trotzdem cool, wenn die Basstölpel, die hier irgendwie die ganze Zeit unterwegs sind, auch langsam anfangen sich zu reproduzieren. Die Brutplätze sind zwar relativ rar, weil wenn man sich mal die Brutplätze auf Helgoland anschaut, sind das ja felsige Steilküsten, die es maximal vielleicht noch auf Rügen an der deutschen Küste gibt. Aber es gibt natürlich auch noch Inseln rund um Dänemark, zum Beispiel Bornholm, aber auch dann weiter östlich und nördlich in der Ostsee, die vielleicht potenziell eher brauchbar werden als Brutplätze. Das soll es auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ich dachte, ich teile einfach mal kurz diese Geschichte, wenn ich hier schon zehn Tage auf der Ostsee bin, weil das ein Phänomen ist, was mir so davor noch nicht so bewusst war. Natürlich, von Freiburg aus ist man nicht ganz so regelmäßig an der Ostsee, aber jetzt hatte ich zehn Tage Zeit, konnte einiges lernen und dachte, ich teile einfach mal kurz diese Geschichte mit euch. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.